Wohohohoho Da ist er! Jaaa Leide 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 Ja gut Morty, doof wir laufen Aber gut Kannste nix machen Ich flash dich Ich kann nicht flashen Ja Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Quality Breach Wir sind hier beim Monty Boss Fight Falls ihr euch fragt Warum ich beim Monty Boss Fight bin Naja, alles was ich davor gemacht habe Hat mein Aufnahmeprogramm nicht aufgenommen Und da ich aber eh nur davor das Maser Size Rätsel Für eine halbe Stunde oder so gemacht habe Ist das glaube ich egal Ich kann euch ja mal hier kurz einblenden Wie das so ungefähr aussah Mit Maser Size Aber ja Leute, wir sind in Monty Golf Ich habe euch ja im Community Post gefragt Was ihr sehen wollt Feather Blast oder Monty Golf Und ihr habt euch eindeutig für Monty Golf entschieden Also machen wir jetzt Naja, Monty Golf Und ich würde sagen, da machen wir doch auch gleich mal Start Dann machen wir doch auch hier gleich mal legen wir doch gleich mal los Ah, ah ok Oh hi Der hier ist Monty Gator Wow, moin moin Wow, du bist sehr aggressiv Wie ich sehe Ok Oh Ich will nichts von dir Monty Ich will keinen Stress Ok, alles cool, Bro, alles cool Alles cool, alles gut Hier, was ist Wo ist er Woah, da ist er Hey Monty, also Hey Bro, also Oh, mein Gott Hey, alles cool Du musst also Da drüben ist er. Ich seh ihn. Den Ekel-Otto. Lass mich in Ruhe, Monty. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, Monty. Nein. Nein, nein. Nein, 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 Monty. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alles gut, Monty. Du musst mich auch nicht verfolgen. Scheiße. Oh, Alter. Der hatte doch nicht mehr alle. Alter, nein, nein, nein. Alter, 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 alter. Alter. Alter, wo rennt der hin? Der Trottel. Puh, hier sind noch drei Schüsseltruppen. So eine Scheiße. So eine Scheiße. So eine Kacke. So eine verdammte Kacke. Boah, so eine verdammte Kacke. So eine verdammte Kacke. Geht er weg. Also. Holy shit. Wo kommt der? Da kommt er. Der Eklige. Lass mich doch mal zufrieden, Monty. Oh, nee. Boah. Da ist er. Boah. Ich weiß auch nicht, wo ich noch schießen kann. Da ist er. Wo kommt der lang? Der kommt gar nicht. Oh, da ist er. Oh ja, da ist er. Da ist er. Es geht. Es geht los. Los. Es geht los. 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 Drück das. Drück das. Oh. Nix zu lachen, Monty. Jetzt gibt es einen auf den Rüssel. Und putz. Ja. Leide. 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 Ja gut, Monty. Doof wir laufen. Aber gut. Kannst du nix machen. Ach ja, Leute. Was ich euch vergessen habe zu zeigen. Wir haben übrigens jetzt auch die Fast Camera. Die haben wir hier vor uns bekommen in Monty Golf. Oh, mein. Aber machen die was? Oh. Der Sack. Ich flash den weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt habe ich einen Chief mitbekommen. Ich flash dich. Ich kann nicht flashen. Nein. Oh, Gott. Geh weg. Nein. Ich muss hier ganz schnell raus. Ganz schnell. Ganz schnell zu der Save Station hin. Oh, Gott. Nein. Oh, ja. Lass mich saven. Eilige Scheiße. Junge. Okay, gut. Wow. Wow. Gut. Dann sind wir jetzt zurück im Atrium. Dann müssen wir ja jetzt Freddy upgraden. mal richtig. Mit dem, mit dem Upgrade. Mit dem Monty Upgrade. Mit den Clown. Das Ding ist nur, I guess so. Aber das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Okay. Well. Wo ist Freddy eigentlich? Ich kann ihn nicht rufen. Freddy. Ich kann ihn nicht die Save Station rufen. Gut, Freddy. Dann lass uns mal dich upgraden. Exit, press E. Ja, dann lass mich doch exit, Mann. So, Claws Upgrade. So, Freddy. Wir machen das jetzt. Okay. Ah, ja. Okay. Alright. So. Ah. Ich hab nicht gesaved, ne? Ich spawn dann wieder in Monty Golf, Alter. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Boop, 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 boop. Uh, boop, 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 boop. Okay, das war einfach. Okay. Alright. Boop, 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 boop. Ah, geschafft. 4-3. Danke. Kann der Auto-Assist vielleicht das auch für beide Arme gleich machen oder so? Das wäre ja ganz schön. Okay, also Freddy. Okay, warte. Also, unsere Mission ist... Find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. Okay, das können wir ja mal schließen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Find out how to stop Roxy in Roxy Raceway. Okay, also Roxy Raceway. Gut, I guess, ja. Dann gehen wir dorthin. Ähm... Das ist jetzt nicht so optimal. Hast du wieder mit dem Fahrstuhl rumgespielt, oder? Also, warum ist der Fahrstuhl oben? Gut, dann fahren wir halt durch Roxy's Elevator wieder nach oben. Das sieht ja auch. Und dann hole ich mal Freddy her. Ich finde es awesome, wie Freddy uns noch Tipps gibt, wie wir am besten seine Freunde eliminieren können. Ist einfach super. Ist einfach super. Freddy ist leider zu blind. Und Gregory ist ein sehr böses Kind. Verstehe doch. Habt ihr den versteckten Reim bemerkt? Ja, yo, yo, yo. Chill mal. Ich weiß, du musst das ganze Atrium reinladen spielen. Aber ich glaube, wir brauchen uns hier nicht mehr drüber aufregen. Hi, Roxy. Dich werde ich mal auch gleich zerstören. Scheiße. Das ist nicht gut. Halte noch kurz durch, Freddy. Halte noch kurz durch. Freddy. 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 Freddy, wo? Freddy. Wo? Ah, okay. Ich frag gar nicht, weißt du? Also, ich frag einfach gar nicht. You mean, like a loser? Just like you, Roxy? Okay, wo ist Roxy? Wo ist sie? Die hört sich näher. Oh. Hi, Roxy. Hi. Die sieht mich doch safe. Aber ich flash die in die Augen. Hi, Roxy. Junge, die guckt genau in meine Richtung. Hallo, Roxy, bist du Jack? Roxy. Ah. Hab ich Freddy geflasht? Was ist denn da los? Hab ich Freddy geflasht aus Versehen? Okay. Du ekelhafter. Warte mal. Missions find how to... Ja, ich weiß doch... Wie denn? Ach so, mit diesem Card. Ich muss zu diesem komischen Card da vorne erstmal hin. Scheiße. Kacke. Kann ich die Mission auch skippen? Weil ich weiß, wo ich danach hin muss. Scheiße. Freddy, komm mal her. Ach, das ist eine Reloading Station. 5 Uhr. Leute, 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. Die Nachrichten. Ja, Freddy, komm. Warte. Gregory, ich speichere kurz, okay? Okay. Äh. Gibt's noch einen Dialog, oder? Gregory, what are you doing? Ja, Freddy, ich würde auch gerne mit dir fahren, aber ich darf leider nicht. Ich muss mit diesem komischen Bot fahren. Stell mal vor, mit Freddy, wir düsen zusammen mit Freddy durch den Pizzaplex. Wie geil wäre das bitte? Aber nee. Mit den komischen Staffbots, mit denen ich hier eh schon zu tun habe. die ganze Zeit. Es ist 5 Uhr. Oh, wow. Das hast du gerade schon angezeigt, Spiel. Ich weiß, wie spät es ist. Danke. Oh, hi, Roxy. Was machst du denn hier hinten? Ich dachte, ich wäre alleine hier hinten. Daucht da auf einmal Roxy auf. Heilige Scheiße. Okay, ja gut. Hier muss ich hin. Roxy, du siehst aber auch ziemlich kaputt aus. Es tut mir leid für Roxy. Roxy hat gar nichts getan. Generell, die ganzen Animatronics haben alle nichts getan. Aber Gregory ist einfach zerstörerig AF, Alter. Scheiße, hier ist der Dance Pass drin, ne? Aber der Ekel Otto fährt hier rum. Warte, ich stelle hier einfach Freddy hin. Ich nehme den Dance Pass. Warte. Gib mir das. Freddy Upgrade, was? Das wollte ich nicht. Scheiße. Jetzt ist Freddy alle. Ich brauche den Kack Dance Pass, Mann. What do you mean? So, Freddy. Warte, hier drin vielleicht? Ach, hier. Alter. Ja, save hier, oder? Ja, alright. Nice. Da ist er!